Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, heute zeige ich euch, wie Sie im OpenOffice-Karl arbeiten können und zwar, wir haben schon OpenOffice aufgemacht, aber wir wollen einfach ein neues Dokument öffnen und damit können wir hier loslegen. Das hier ist jetzt unser neues Projekt und wir wollen zum Beispiel viele tolle Sachen machen. Ich wollte euch einfach erklären, wie Sie einfach diese Menü so benutzen können. Die anderen Menüs haben ich schon in den anderen Videos und wenn Sie noch nicht gesehen haben, dann appelliere ich euch, meine vorigen Videos einfach anzugucken. Und wir wollen jetzt mit Format einfach arbeiten. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Formatierung einfach festlegen wollen und die Sache zum Beispiel bearbeiten wollen, dann sollten Sie einfach hier machen. Zum Beispiel mit den Zeilen, wenn Sie die Zeilenhöhe zum Beispiel ändern wollen, dann drücken Sie einfach auf Zeilen. Also wir wollen zum Beispiel die Zeilenhöhe von dieser ersten Zeile ein bisschen ändern und dann gehen wir einfach Zeilen und dann Zeilenhöhe. Und hier können wir einfach unsere Zeilenhöhe anändern, wie wir einfach wollen und wir können so entweder als Standardwert setzen, festlegen oder wir sagen, nee, wir wollen nur bei diesem Projekt nur hier machen. Also wir drücken die Zeilenhöhe und es wird einfach geändert. Sie sehen schon, wie die Zeilenhöhe einfach sich geändert hat und wir haben auch die Möglichkeit, unsere Zeilen einfach auszublenden. Dann drücken Sie einfach da und wenn Sie zurückhaben wollen, wie es war, dann machen Sie einfach wieder. Sie gehen einfach bearbeiten und dann rückgängig. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, die Spartebreite einfach zu ändern, wie Sie wollen. Dann ist es auch 2,27 und das ist einfach ein Standardwert und Sie können zum Beispiel nochmal diese Hetzchen hier raus machen und dann ein bisschen mehr rühren, wie Sie einfach machen. Und natürlich können Sie all diese Sachen manuell auch machen. Also Sie sehen schon, wie es einfach gefordert ist. Natürlich können Sie auch manuell machen, indem Sie zum Beispiel die Breite so ziehen, wie Sie wollen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, einfach alles auch hier zu ziehen, wie Sie einfach wollen. Und es wird immer ein bisschen breiter und dann können Sie einfach alles machen. Also und hier haben Sie auch die Möglichkeit, einfach so zu ziehen, wie Sie einfach wollen. Und auf der zweiten Zeile können Sie einfach noch breiter machen und noch höher machen und breiter machen, wie Sie einfach haben wollen. Und so können Sie einfach die Sache zum Beispiel richtig schreiben, wie Sie einfach haben wollen. Zum Beispiel, wenn Sie ein Bild hier anfügen wollen, dann können Sie hier ein Bild anfügen und es ist nicht so problematisch. Also von daher hier ganz, ganz simpel. Und wenn Sie zum Beispiel, Sie haben natürlich die Möglichkeit, Ihre Sparte auch auszublenden oder anzublenden. Und natürlich haben Sie auch die Tabelle zum Beispiel, um zu benennen, wie Sie haben wollen. Momentan heißt unsere Tabelle Tabelle 1 und Sie können zum Beispiel sagen, nee, ich möchte nicht, dass meine Tabelle 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 1 heißt, sondern zum Beispiel, hier geht es vielleicht um Stromrechnung und dann haben Sie einfach Stromrechnung. Dann wird es einfach so genannt. Und wenn Sie die zweite Tabelle auch umbenennen wollen, dann gehen Sie einfach auf Tabelle, Format Tabelle und dann umbenennen. Und hier wird zum Beispiel Gas, äh, was ist das? Gas? Also, und dann wird es hier Gas genannt und so können Sie einfach die Sache benennen, weiterbenennen, wie Sie einfach wollen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel auf Ihrer Seite einfach alles, ja, festzulegen, wie Sie einfach haben wollen. Zum Beispiel auf der Seite, wenn Sie zum Beispiel sich entscheiden, ob Sie zum Beispiel die Ausrichtung als Hochformat haben wollen oder als Querformat haben wollen. Wir ändern auch das und wenn wir jetzt Querformat haben wollen, dann markieren wir einfach Querformat und dann geht es OK und das Format wird einfach quer. Und wenn wir nochmal ändern wollen, dann gehen wir wieder auf unsere Seite, dann sagen wir, nee, wir wollen eigentlich nur unser Hochformat haben, dann drücken Sie einfach OK. Das wird einfach geändert. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, auf Ihrer Seite zum Beispiel die Seitenränder einfach zu ändern. Momentan ist es auf zwei, links, rechts, oben, unten. Und Sie können auch ändern, wie Sie wollen. Die Umwandlung haben Sie auch die Möglichkeit. An dieser Seite habe ich auch, äh, bei, auf meinem vorigen Video schon gezeigt, mit OpenOffice-Reiter, da können Sie auch gerne gucken. Und mit Kopfzeilen können Sie auch Fußzeilen und die Tabelle können Sie einfach hier nochmal genau, äh, festlegen, wie Sie einfach haben wollen. Wenn Sie zum Beispiel die Seite reinfolgen, hier ist es von oben nach unten, danach nach rechts und so ist es einfach. Also Sie können sagen, nee, ich möchte von links nach rechts und dann nach oben. Also, und von daher können Sie einfach alles hier angeben. Und natürlich können Sie einfach hier einfach, ja, Druckeranstellungen einfach so machen, wie Sie einfach haben wollen. Und die Kommentare, alles einfach, was Sie auf Ihrer Tabelle sehen wollen und auch Ihr Zettel sehen wollen. Und in dem nächsten Video zeige ich euch einfach hier den Rest, was Sie einfach damit machen können und ob Sie mit Zeichen und Absatz zeige ich euch einfach an. Klar, ich freue mich einfach, das nächste Video wieder mit euch zu teilen. Ja, ich freue mich einfach, das nächste Video wieder mit euch zu teilen.